Oh verdammt, ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Aufnahmetaste auf die Taste gelegt habe. Genau, die meinen Stimpaks. Mein, äh, beziehungsweise nicht meinen Stimpaks, mein Red Away. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Jetzt habe ich zwei Red Aways genommen, einfach so. Das ist scheiße. Das, ne, das müssen wir noch schnell umändern. Das müssen wir dann auf das Ist gleich legen, dann machen wir auf Minus gar nichts, das ist ja nicht das Problem. Ich speichere schnell mal und, äh, ja. Wir kommen zurück. Hier ist diese... Wahnsinn, diese, genau, Todeskralle. Heißt das Ding. Erinnert mich so ein bisschen an Godzilla irgendwie. In klein. Und hier sind die Kollegen, die uns das letzte Mal so ein bisschen die Hölle heiß gemacht haben. Hier haben wir noch Sicherung. Wir looten jetzt hier noch so ein bisschen und dann würde ich sagen, machen wir uns doch auf den Weg. Ich meine, Loot tut gut. Deswegen verbringen wir jetzt noch mal ein bisschen Zeit hier, um zu gucken, was es hier noch so alles gibt. Alles klar, das geht nicht gut. Alles klar, das geht nicht. Gut. Das ist jetzt mal wiederum. Ich bin ja wieder in die Kirche gegangen, weil jeden Regen und Gewitter hat... Okay. Erst. Wow. Hast du gesehen? Ne. Okay, ich dachte jetzt, da ist so ein Abdruck geblieben. Das wäre... Das wäre echt krass gewesen. Okay. Ähm... Ach, ne Haarbwürste. Wer braucht denn bitte ne Haarbwürste? Improgewehr. Ich gehöre hier auf jeden Fall gut. Ne Experten. Abgeschlossen. Kann man nicht. Die abgeschlossen war für dich sonst auch kein Problem, also... Das ist ne schwachsinnige Ausrede hier. Oh, entschuldigung. Oah, verdammt. Ah, so. Jetzt mal auf den Kirchenturm. Ach, klar. Hier ist das Ding abgestürzt. Wo wir dann unseren Poweranzug her genommen haben. Boah. Ola. Aber das ist natürlich jetzt hier auch der Punkt, um... sich mal so einen kleinen Überblick zu schaffen. Dahinten müssen wir hin. Ich denke mal, da wird die Fabrik irgendwo sein. Und ich denke mal, wir machen uns auch... schleunigst auf den Weg, dahinten zu kommen. Damit das hier nicht so langweilig wird. Oh. Sagten wir, jetzt kannst du fliegen, oder was? Ist ja Wahnsinn. Hier überall... Verteiler. So. Wir gehen... Sehen wir mal was, was wir noch nicht gesehen haben. Wow, entschuldige. Ich hab die Nacht nicht viel geschlafen. Da unten brennt ein Feuer. Ah, apropos Feuer. Das war ja das letzte Mal mal Ghule gesehen, ne? Da ist eine Kuh. Vielleicht ist das wieder so ein Reisender. Ich hoffe es natürlich... dass es gut ist. Okay, das Feuer ist verlassen. Ist ja im ersten Moment jetzt auch nicht so gut, ne? Stimpack. Okay. Ich lass mal nicht, dass der wieder kommt und das Feuer geht aus, ne? Dann gucken wir hier nochmal hoch auf die Straße, wer das ist. Vielleicht ist die auch alleine einfach zurückgelassen. Was? Achso. Hallo. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Eigentlich, ähm... Naja gut, nach Diamond City wissen wir eigentlich schon Bescheid. Wo ist das? Wegbeschreibung? Mph. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst. Über den Fluss. Das große grüne Juwel findest du innerhalb der Stadtgrenze. Der Name ist ja auch gut. Gammel Carla. Ja, dann noch. Viel Spaß. Ich hätte sie nicht Gammel Carla genannt, ich hätte sie Krummel Carla genannt. Geh einfach. Okay. Nutze ich gar nicht. Dass das geht. Oh. Okay Nein, lass mir das überhaupt Am Ende führt das zum Glitch und dann Ähm Geradeaus Und links haben wir jetzt hier Wir hatten eine Abmachung, Trudy Her mit der Ware Du schuldest uns was Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Campstealer gar nichts Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist Also Jetzt mussten rumzuballern Wir hatten ja die Dings auf die 8 gelegt Hey, hey Immer mit der Ruhe, Plünderer Das geht dich nichts an Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet Ich hab versucht mit ihr zu reden Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy Sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht Ich verkauf ihr Camps Sie gibt mir Kronkorken und Teile Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde Hab ich ihm etwas Jet verkauft Dann ein bisschen mehr Dann noch viel mehr Jetzt hat er Schulden Ah, Jet ist dieses Verlangsamungszeug Jet, was ist Jet? Mein Kassenschlager Davon lernst du fliegen Das macht dich schneller Nimm vor einem Kampf mal ein Näschen Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen Und ein harter Junge sein Also hat er was gekauft Und warum sollte man dann aufhören? Also, ich hab dem Jungen viel Jet verkauft Und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst Hm Mir scheint, als hätten sie das Jet nicht kaufen Und du es ihnen nicht verkaufen sollen Ja, klar Hinterher ist man immer klüger Also Hilfst du uns jetzt oder nicht? Wenn ich helfe Erwarte ich eine Bezahlung Ich bin nicht zum Falschen hier Du bekommst, was ich dir geben will Verstanden? Also, wie sieht's aus? Ja, warum sollte ich eigentlich Und warum genau sollte ich dir helfen? Also, ich handle mit Camps Du weißt schon Medizin Ist hier recht nützlich Stimpaks können deine Wunden blitzschnell verschließen Ganz zu schweigen von dem lustigen Zeug Hab ich auch Wenn du mir hilfst Können wir Geschäfte machen Glaub mir Mich sollte man als Freund haben Ich meine Das ist jetzt eine Zwickmühle Also Der Sohn hat sich verschuldet Jetzt muss die Mutter dafür Ähm Halten Ich rede mit dir Vielleicht können wir das klären Sehr gut Wenn was schiefläuft Sind wir hinter dir Alles klar Genau Müssen wir eben gucken Dass wir nicht auf die drei kommen Aus Versehen Dann können wir das ja Sicherlich dafür nutzen Hallo Ich hab gesehen Wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast Der kriegt kein Geld Punkt Hm Also du schuldest ihnen Geld Wenn du zahlst Ist alles vorbei Alle ziehen ihrer Wege Niemand wird verletzt Ich hab eine bessere Idee Du erledigst Wolfgang Ich zahl dir 100 Kronkorken Wenn du ihm eine Kugel zwischen die Augen jagst Wolfgang und ich hatten eine Abmachung Wenn ich die brechen soll Brauch ich mehr Das spiel ich nicht mit, Plünderer 100 Kronkorken oder gar nichts Hm Und warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus Aber hier kommen Karawanen durch Ich hab Vorräte Hilf mir Dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst Okay, Trudy Ich räume ihn aus dem Weg Danke Ich geb dir von hier aus Unterstützung Schnapp ihn dir Ja 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 Genere Ja Okay Sohn von den Camps runter ist, aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Vielleicht später. Okay, also... Jetzt kann ich die sogar noch ausrauben. Wir gucken jetzt mal, was Wolfgang dabei hatte. Ich fand, das ist jetzt die klugere Wahl gewesen. Ich meine, sein... Ihr Sohn, Entschuldigung. Ihr Sohn. Ich muss damit jetzt ein bisschen klarkommen. Also ohne. Ich meine, ist ja auch besser so. Aber... Ja, ich denke schon, dass wir das... Das Richtige gemacht haben, auf jeden Fall. So, wir wollten mal gucken. Kleidung, genau. Ne, aber die hat mehr Resistenz. So. Dann können wir die ja schon mal ablegen. Ich meine, das ist ja schon mal was. Das war jetzt Wolfgang. Ne. Doch, das war Wolfgang. Und die Dame hat sich hier ins Gras gelegt. Unter den Reifen. Die Teilrüstung, recht arm. Ja, wie gesagt, für mich war das jetzt auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Ich meine... Ne Frau und einen jüngeren Mann umbringen ist sowieso nie eine Lösung. Aber ich habe es ja nicht dazu gekriegt, irgendwie... Sicher friedliche Art und Weise da zu... Ach... Die schützt mich sogar... Das ist natürlich doof, dass ich nicht beides anziehen kann. Weil das ist... Ah, das ist natürlich doof, dass ich das jetzt ins Trübo ziehen kann, quasi noch. Armeehelm. Na gut. Ähm. Ja, wie gesagt, ich finde die Lösung sowas an sich besser. Die hat jetzt hier einen ganzen großen Laden. Da können wir jetzt gleich nochmal gucken. Wolfgang verrottet in der Hölle. Und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Ja, lass mal handeln. Mal gucken, was die hat. Klar. Ich schaue es mir an. Und vielleicht hat die auch... Stimpacks und sie sich hier Patronen und allmöglichen Kram hat die. Jetzt gucken wir mal schnell, ob die Stimpacks hat. Würde sie sich hier auch haben. Hier. Mein Gott. Und genau das meine ich halt. Wert 6. Ne, ich glaube, aus dem können wir noch irgendwas machen. Ähm. Die hat ein Telefon. Cool. Ne. Was ich sagen wollte... Das ist genau perfekt. Perfekt gelaufen. Welche Munition brauche ich denn jetzt? Jetzt für diese komische Sniper, was war anders? Weil für die hätte ich dann doch gern... Mehr Munition. Aha. Okay, habe ich 200 Schuss. Gut, das reicht. Ne, dann handeln wir jetzt nicht. Aber die hat ja hier eine Unmengen. Noch mal mit dem Sohn reden kurz. Ich nehme nie wieder Tät. Ich schwöre es. Ach, der heißt Patrick. Ach, du Vollidiot. Warum? Also, siehst du das bei mir? Verdammte Scheiße. Ach, Namensvetter. Nee, nee, nee. Ist das schlecht. Also, ein Scharfschützengewehr ist das jetzt nicht viel Scharfschütze. Das ist ja irgendwie... Pfff... Lischt. Vom Zoom. So, was wollten wir? Haben wir jetzt eigentlich noch das richtige Ziel vor Augen? Irgendwie sieht das mir gar nicht so aus. Ja, doch. So, laufen wir hier mal weiter. Wie gesagt, in der Gegend werden wir auf jeden Fall noch Stunden verbringen. Mehrere Stunden. Und ich denke mal, dass wir hier dann auch noch zum ruhigen Looten kommen. Ohne jetzt unser Ziel aus den Augen zu verlieren. Ich muss mich das doch etwas zielstrebig angehen, muss ich sagen. Obwohl ich mich auch natürlich ablenken lasse. Das ist normal. Ja. Was ist los? Dogmeat, alles gut. Das ist ein Riesengelände, verdammte Scheiße, ey. Ich denke mal, das wird noch lustig. Jetzt sind wir natürlich bei Tagesanbruch genau richtig gekommen, äh, angekommen, gekommen, erschienen. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier nicht irgendwie in eine Falle laufen. Aber so wie ich mich kenne, schaffe ich das natürlich. Hier ist eine erhöhte Position. Natürlich jetzt kein... Ach, fängt es hin. Alles klar, wir haben jetzt natürlich kein Schaltdämpfer oder irgendwas. Was bedeutet, wir haben jetzt natürlich auch keine Möglichkeit, großartig um ruhigen, die ganze Sache anzugehen. Wie ist alles verdammt ruhig? Gefällt mir überhaupt nicht. Eine Waffenwerkbank? Genau. Lassen wir uns doch mal von der Waffenwerkbank hier zeigen, was alles noch so möglich ist. Und, ähm, verwerben das mit die ganzen Waffen hier. Einfach mal machen. Das muss man eh nicht brauchen. So, das ist unsere... Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Finden wir bestimmt auch nochmal schön eine. Aber wir machen das schon. Ja, Lasergun. Repetier. Double-löwige Schrotflände. Ich bin nicht so ein Schrotfländen-Fan irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben wir ja auch. Die haben wir ja schon ein bisschen aufgerüstet hier. Die sind ein bisschen besser, gell? Unbinden. Jetzt möchte ich die ganzen Impro-Pistolen und so was... Die hatten wir mal. So, 22. Schwerer Verschluss ist da jetzt schon drauf, okay. Na, komm. Ah, verdammt, okay. Da brauchen wir noch Rang 2 und dann Schalldämpfer und so was. Da hätten wir auch gar nicht die Aluminium-Baube dazu, okay. Krass. Hm, die Reichweite verringert sich da dann natürlich. Das ist klar. Vielleicht können wir uns... Ach, das ist unser Scharfschutzgewehr. Mündungsdämpfer, das sieht einfach nur aus wie eine überdimensionale Nuss, die da vorne dran geklimmt wird. Ah, schade. So, das... Ah, können wir gar nichts machen. Ah, Langreichweite. Okay, wir brauchen mal Rang 1. Gut, das ist natürlich... Okay. Und Aufklärungszielfernrohr, das ist dann natürlich hier Wissenschaft 1 und Waffenfreak 2. Alles klar. Nachsicht Langreichweitenzielfernrohr. Waffenfreak 1. Ich glaube, ich weiß schon, was ich als nächstes machen werde. Mal in die Richtung Waffenfreak gehen, weil das ist... schon eher so meins. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir sind ja jetzt angekommen. In... Ach, das ist Lexington. Ach, okay. Ah, die Fabrik ist noch ein ganz schönes Stück weg. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt in Lexington angekommen. Würde ich sagen, im nächsten Part gucken wir dann so ein bisschen durch Lexington, was hier so geht, was es so gibt, wer da so alles abhängt. Und dann machen wir uns nach Corvager... Corvager Fertigungsanlage. Genau. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Da nach oben würde mich natürlich freuen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Au.